Hallihallo meine fette zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren runde von let's play minecraft ok wir haben natürlich in der letzten zwei folgen des komplettes hier wieder entfernt weil es einfach so scheußlich ausgeschaut hat das ist mir einfach nicht leisten konnte und jetzt muss man natürlich das dach da oben fertig machen sprich was heißt dach fertig machen eigentlich ist es schon fast fertig aussah ich muss noch irgendwie bisschen holz da oben versetzen aber halt war was jetzt versetzten wird verflasht dann das ist von oben nicht so ausschaut dass da jetzt nur aus 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 stein ist was natürlich auch ganz schöner schick aussieht finde ich aber nicht so schick wie ich es mir gedacht habe deswegen machen wir jetzt einfach mal slabs hin denn jetzt muss man natürlich von oben etwas gut ausschauen ich glaube uns reichen des labs aus ich hoffe es mal zumindest aber ich glaube aber ich habe so leichtes gefühl dass die slabs uns gar nicht ausreichen werden ja natürlich wieder eins falsch verbaut denn immer mal wieder mit der menschen natürlich ja auch slabs sparen denn wir haben nicht so viele zur verfügung zum beispiel sei jetzt werden bestimmt wenn wir das jetzt fertig haben wenn es bestimmt nur 20 haben wenn es überhaupt 11 jetzt keine mehr so jetzt keine mehr und ja noch ziemlich viel platz was man natürlich dazu machen müssen deswegen geht es mal schnell wieder ins haus ran räumen jetzt nur eine neue ja klar wie gut wir warten hier ein ganz wichtiges zeug hier unter dir okay das nimmt man mit und ich passiere ich mir einfach mal neue die stadt des k importa überhaupt nicht hin so 32 plus 234 aber jetzt ich glaube dies müsste jetzt reichen aber ich denke dass wird wieder mal ganz knapp sein ja natürlich lekters oben wenn man hier oben ankommen ist normal beim mehr ich weiß aber nicht nur nicht warum ich sagte es schon seit ganzer viel in jeder folge aber in jeder neue folge versuche das wieder zu irgendwie zu lösen aber irgendwie packet ist trotzdem wieder keine slaps da ach komm schon das kann ich wasser das ist einfach mal wieder keine slaps habe okay immer immer greife ich die falsche kiste 55 55 nicht 5 30 ach komm jetzt muss es aber reicht nicht viel an nicht zu viele machen denn wir würden natürlich das holz mal gerne mal wieder gebrauchen und zwar ich habe noch schon war schon was vor für die nächsten folge folgen oder halt für die nächste baustelle habe ich mir schon was ausgedacht was ganz wichtig ist oder witziges in ebenfalls das will ich aber noch nicht verraten denn sonst würde es natürlich keine überraschung sein nein 12 kommt schon es muss reichen eigentlich reicht es da bleibt uns noch eine übrigen wie zwei bleiben sogar übrig das ist ja gut machen wir es aber hier so rein okay zwei sinne sind uns übrig geblieben das ist gut okay jetzt haben wir keine mehr verbaut denn wir haben jetzt schließlich die zweiten da die zwei darauf glas aufgebaut okay wie sieht es jetzt irgendwie von innen aus ja mit haute legs natürlich da kommt schon wie soll ich das man nicht hatte so sehr was sagt unser lagometer eigentlich wenn es legt chance update dafür sagen natürlich die chance irgendwie drei chance updates 44 54 okay da muss man irgendwie mal schauen dass die chance in wir mal ein bisschen hier schneller laden okay hier fährt jetzt natürlich auch was aber es kann man dann später machen was ist wir jetzt noch hier in dieser folge machen müssen dies hier als schnell zu plasch dann und unten unser garten fertig machen ja genau unser garten fertig machen denn ich bin dann natürlich jetzt irgendwie so ein kleines wasser wasser fällchen machen so drei lass jetzt da der schläge ich wieder zurück brauchen wir gar nicht mehr so pass auf hier haben wir noch in wurden einmal gehabt mit wasser genau den braucht jetzt wieder mal und jetzt gehen wir mal wieder unten rein leiter so ach stimmt die brauchen noch zwei schilder also ein kleines sessel machen können immer es einfach mal hier mit vielleicht auch mal zwei sessel rein mal schauen ob da wie da ich eigentlich gar nicht mal so viel platz da für irgendwie sessel oder so aber ich glaube wir kommen da ganz schon hin wird schon ganz lustig sein so pass auf wir machen wir das jetzt hier eigentlich ich habe es natürlich auch wasser da wir schauen das eigentlich aus wenn du zum beispiel hier so weg machen das von darunter fließen irgendwie ist das gar nicht so wie ich es mir gedacht habe aber passt auch mal jetzt einfach anders machen wir einfach da rein nach das nehmen wir einfach alles mit damals schnell mal löchle rein machen einfach so genau das sieht schon geiler aus mit so einem kleinen wasserfall hier unten und deshalb jetzt mal auch schnell hier weg halt da was wollen wir schon dahin grad dies mit dem ganzen legs das ist so nervig so soll es hier auch weg genauso wie auf dieser seite mal jetzt einfach mal sessel hin genauso wie hier sessel das soll so kleine chillraum sein so ein chiller raum dann dann auf dieser seite machen wir ebenfalls gleiche dann dann so jetzt habe ich natürlich zwei sessel so zum kuscheln mit seiner freundin oder sonstigen was und wenn man hier kuschelt kann man so einen kleinen wasserfall hier anschauen das ist man das jetzt so macht ich schaue das jetzt aus okay eigentlich wäre es noch besser wenn man hier noch so gras so gras hin machen würde okay so aber hier dann muss man wieder mal erde hin weil das sieht dann irgendwie zu nah an stühle ran so sieht es auf jeden fall ganz praktisch aus aber ich will hier noch was machen okay wir haben da auch gar nicht mehr so viel erde da deswegen mache ich jetzt das mit einem holz so pass auf ähm machen wir schnell hier das alles zu da geht es leider nicht so nein das ist auch falsch oder ist das falsch ich weiß es nicht ich sehe da gerade jetzt nicht viel ähm doch das ist falsch pass auf das machen wir jetzt da rein so 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 und dann pass auf das machen wir jetzt hier kurz weg wow 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 aber nicht so tief ach doch gar wie tief geht denn da oh haben wir sieben erde gleich mitgenommen okay schon eine ganze menge so pass auf haben wir jetzt hier folgen jetzt machen wir es hier schnell zu genau das wollte ich erreichen genau das wollte ich jetzt hier erreichen jetzt haben wir wieder mal holz hier weg okay das soll es nicht reinlaufen das ist richtig so und da soll es eigentlich auch nicht reinlaufen super jetzt habe ich hier einen super wasserfall jetzt gehen wir hier jetzt wieder alles zu machen bisher gibt es auch so jetzt haben wir einen super wasserfall hier finde ich hat auf jeden fall mal so ein kleiner so ein kleiner chillraum chilliger Raum also hat auf jeden fall mal was gut ähm wow jetzt hat es wieder gelegt ein bisschen ich muss ja hier vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Grasblöcke reinstellen aber ich habe jetzt glaube ich auch momentan kein Gras dabei und wir haben schon natürlich nachts draußen was mich natürlich gar nicht so irritiert okay da würde ich mal sagen wie geht es mal eine runde schüler die schalt mir wieder mal die monster ein und braucht mir schnell ein ein diamantenschwert denn ich will jetzt noch hier schon langsam experience machen so machen wir jetzt auf easy na der block wollte ich nicht schmeißen und wir sehen uns guten morgen leute und ja wir sind wieder da schnell mal was frühstücken schnell mal was frühstücken ein Brötchen können wir vielleicht auch ein Eierbrötchen machen ich weiß nicht wie funktioniert eigentlich ein Eierbrötchen habe ich eigentlich noch nie im Minecraft probiert ähm 3 ähm gar noch habe ich noch nie probiert ich weiß dass es geht kann man die Eier eigentlich irgendwie kochen nein kann man auch nicht kann man Brot kochen nein auch nicht gut dann machen wir einfach so ich esse einfach mal ein kurz Brötchen zum Frühstück um okay das müsste jetzt reichen das kommt das Holz wieder zurück brauchen wir gar nicht mehr das hier auch ebenfalls das hier auch zurück eine Spitzhacki aus Stein behalte ich noch die können wir mal irgendwann mal kaputt machen aber natürlich kommt ah Gravo behalte ich ja noch außer dass natürlich Erde zurückkommt und Gravo wollten wir ja draußen was Keileres machen unser Weg fertig machen oder halt das was wir halt kaputt gemacht haben und natürlich unser Eimer kommt jetzt auch zurück zu den anderen Eimern und Minecraft immer natürlich draußen verschlempern pass auf einmal so ein Diamantenschwert der ist zwar nicht verzaubert aber naja egal besser wie gar nichts okay und natürlich eine Fackel vier Fackel und die Kohle Kohle legen wir jetzt zurück hier hin und jetzt haben wir natürlich ähm 32 Fackel jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet unsere Rüstung ist zwar nicht so gut obwohl naja okay die geht die ist ja alles grün im grünen Bereich ist jetzt noch alles das heißt wir können uns mal gerne mal mit ach komm wir können ja gerne mal mit den Zombies und äh und Skeletten und Creeper aufnehmen okay dann lasse ich immer noch hier ein bisschen okay da war irgendwo da hinten ein Spawner Alter was ist schon da gerade los mit den ganzen Chunks die landen irgendwie so ganz komisch okay ich würde mal es einfach so sagen wir besuchen jetzt mal heute unsere unser Dorf da hinten in der weite Ferne wir haben dann aber natürlich auch den Fasch demoliert glaube oder haben sogar demoliert oh da ist ein Zombie Zombie nein das ist ein Skelett das ist ein Skelett Alter du Kleine versteckt sich einfach im Wasser hier drin das hat bloß nicht verbrennt aber nicht mit mir mein Freund du musst sterben Leitern oh gehen Sie Blümchen können wir gerade auch mitnehmen wir haben auch nicht so viele Blümchen da oh wir haben auch ein bisschen Siegs okay ich wollte eigentlich jetzt nicht runterfallen ich wollte eigentlich schauen was da jetzt gibt ich grabe jetzt nur deswegen mit der Spitze 는지er�� hier alles auf weil ich sie einfach mal weg haben will Schäfchen 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 muss sterben, muss sterben. Ich brauche Wolle. Obwohl, ich brauche doch keine weiße Wolle. Okay, dann lassen wir die halt hier leben. Weiße Wolle habe ich eigentlich viel mehr als genügend da. Aber schwarze Wolle, viel schwarze Wolle, sage ich natürlich nicht, nein. Nur den Schaft, dummer ist da hinten natürlich jetzt auch, gleich Köpfen. Hallo? Bleckschwarz. Scheiße. Nein. Meine Spitzalke kaputt. Ich brauche Fell. Nein, ich habe nicht getötet. Der ist da hinten gestolpert und ist irgendwie umgefallen. Und da hat sich ein Fuß gebrochen. Ja, nur von seinem Leiden. Befreit. Trau Wolle, schwarz. Genau, und ein bisschen Erfahrungspunkte. Da hält man so viele Cockten, ey. Nein. Okay, keine Creeper in der Nähe oder sonstigen jemand, wo mir natürlich Schaden zufügen will. Da hinten ist unser Dorf, das ist gut. Der ist gar nicht mal so weit entfernt von uns. Schwarze Schafe gibt es hier natürlich auch jede Menge, aber der hat es jetzt erst mal am Leben. Ich will jetzt nichts kaputt machen irgendwie oder so. Da hinten sind natürlich ganz viele Cocktene und Holz. Und natürlich sind die, sind die Felder natürlich leer, weil ich von denen natürlich alles geklaut habe. Irgendwie haben die Bewohner eigentlich überlebt. Hallo? Lava gibt es hier. Ah, da gibt es noch einen Bewohner. Okay. Okay. Alles noch da. Lava ist da. Eine Werkbank lasse ich denen auch da, dass man später noch was machen kann aus der. Hier scheint auch alles in Ordnung zu sein. Alles in seinem Bereich. Genau da unten war eine Höhle, die haben wir auch schon mal besucht. Hallo? Oh. Cool. Können wir da was geben? Vielleicht weiße Wolle und schwarze Wolle? Nein, Villager. Emeralden. Hm, wir haben uns aber noch keine da. Ich weiß gar nicht, wo man geht. Alter, mach einfach mal ein Tor zu. Sag mal, geht's noch? Okay, für den bekommen wir dann natürlich Fleisch. Achso, was kann man bei dem kaufen? Ein Wassermelonen. Und da hinten ist nochmal ein Metzger. Komm, bleib stehen. Ich muss mit dir auch handeln. Schwert. Irons Wort. Gibt es ja noch irgendwo jemanden? Das ist, glaube ich, der gleiche Metzger. Genau, das sind die gleichen Leute, mit denen wir jetzt gerade auch geredet haben. Ähm. Okay, der Fleder Maus fliegt da rum und wir gehen jetzt einfach mal hier kurz runter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was... Boah. Alter, da hat mich voll erschrocken, der Typ hier. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Okay, was gibt's hier? Hier war meine Kohle. Sieht nach einem Kohle aus. Nach einem Kohleberg. Oh, wir sind fast am Verhungern. Muss ja wieder mal was essen. Okay, so weit, so gut. Hier gibt's Höhle. Hier gibt's Höhle. War der nochmal allein irgendwo? Ich hoffe's mal nicht. Okay, hier ist Kohle. Achso, der ist von hier runtergekommen. Okay. Aber sag ich schon, Kohle, hier ist Eisen. Ich mach' das einfach mal mit unserer alte Spitzhacke. Denn ich muss jetzt natürlich meine Diamantenspitzhacke reparieren. Sie hat nicht mehr so viel Haltbarkeit. Die ist jetzt bereits im gelben Bereich. Und je mehr, wie sie verbrauchen, desto mehr geht's ja kaputt. Und das wollen wir natürlich ja gar nicht machen. Außer für die Kohle verwende ich mir jetzt natürlich eine Diamantenspitzhacke. Da bekomme man natürlich mehr Kohle. Zum Beispiel da, drei Blocks gerade rausgedroppt. Okay, hier ist jetzt gar nichts mehr. Hallo, die Fledermaus. Ich hoffe, dass es nicht Batman oder so ist. Okay, da hinten ist Lava. Und ich höre ein Skeletten hier. Weiß ich aber genau, wo der ist. Der ist da hinten. Ha, ihr habt ihn gesehen. Alter, weg, 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 weg. Blocken, weg. Ist der jetzt tot? Ist der jetzt tot? Wow, verdammt. Verdammt, nein. Nein, nein, zwei Stück. Nein, die Diamantenspitzhacke. Schwert, die Matten, Schwert, die Matten, Schwert. Alter. Ich habe mich jetzt ziemlich erschrocken hier. Ach du Kacke. Okay, hier war ich schon mal. Da unten war ich schon mal. Hier auch ein Zombie da unten. Alter, ich habe fast meine Spitzhacke demoliert. Weil ich mit einer Spitzhacke gekämpft habe. So. Das nehmen wir jetzt hier noch schnell mit. Denn ich bin ja so ein Kohlefreak. Und nehme mir natürlich jede Kohle mit, die ich natürlich finden kann. Okay, die Pilze nehmen wir auch mit. Vielleicht können wir natürlich dann später was zum Käfen machen. Aber Spaß. Ich bin nicht so einer. Ich bin natürlich ein ehrlicher Mensch, der auch natürlich auf ehrlicher Weise leben tut. Und natürlich so ehrliche Dinge auch macht. Okay. Da haben wir wieder einen kleinen Ausgang ausgebuddelt. Ach so, stimmt. Wir waren schon mal hier. Wir sind ja da nur weiter links runtergesprungen. Mit einer Steinspitzhacke dauert es natürlich viel, viel länger. Die ganzen Sachen abzubauen. Habe ich gar nicht gedacht, dass es so länger dauert. Ich bin schon immer zu den Diamantenspitzhacke völlig gewohnt. Gewohnt, 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 gewohnt. So. Gehen wir hier einfach mal zurück. Oder gucken wir schnell noch, was da hinten ist. Ich will jetzt mich hier auch nicht so sehr verlaufen. Okay, da ist ein Skelett. Eigentlich aber gar nicht mehr, auch ein Zombie. Okay, wenn er hinter uns herläuft, töte ich den hier. Wenn nicht, dann nicht. Dann hat er Glück gehabt. Aber ich glaube, das ist so ein Typ, der uns natürlich gleich hinterher rennt. Genau. Ha. Trifft er mich eigentlich, wenn ich mich block? Genau, der trifft mich auch, wenn ich mich block? Sieg, musst du sterben, sterben, sterben. Sterben, sterben, sterben. Okay, der schiebt auf uns nicht mehr. Da unten ist ein Creeper. So wahrscheinlich gar nichts mehr. Ist auch gut so. Nein, du bleibst da, wo du bist. Du läufst uns jetzt nicht hinterher. Aber ich laufe jetzt einfach mal hier zurück, Ausgang suchen. Denn wir haben jetzt hier eigentlich alles gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Eigentlich gar nichts gemacht. Hier ist Lava. Da unten soll es eigentlich auch Lava sein. Eigentlich ist es aber... Okay, haben wir hier irgendwas Verstecktes gefunden? Okay. Vielleicht gibt es ja sogar noch Diamanten. Wer weiß. Aber ich glaube, hier haben wir... Kein Glück. Hier haben wir nur Lava. Verdammt. Na gut, okay. Da gibt es Lava. Aber auch gar nichts mehr. Außer nur ein bisschen Eisen. Und ein Zombie. Oh, der hat Angst. Der muss Brot essen und sterben wir hier. Alter, wo ist denn der? Der scheint irgendwo über uns zu sein. Hä? Warte mal. Ist da eine Höhle oder so? Ist das irgendwie eine Höhle? Okay, ich habe auch gar nicht mehr so viele Fackel da. Doch, hier muss eine Höhle sein. Hier muss eine Höhle sein. Hier muss einfach eine Höhle sein. Denn ich höre hier die ganze Zeit Zombies. Ich siehe sie aber irgendwie nicht. Okay, jetzt können wir den noch näher. Jetzt sind sie ganz nah. Alter, was sind die? Ich höre sie ganz deutlich, aber ich siehe sie nicht. Ich höre sie ganz deutlich, ich siehe sie, aber ich... Ich will jetzt mal gerne mal wissen, wo die jetzt eigentlich hier rumschreien. An Lava? Okay, wir haben uns dann natürlich jetzt auch keine Steak ist da. Dass wir jetzt hier irgendwie nicht reinmachen können. Warte mal, ich klaue es mir schnell mal diese Fackel hier. Sonst haben wir natürlich keine Fackeln mehr da. Verdammt, der hätte mal ein bisschen mehr Fackeln mitnehmen sollen. Oder halt etwas Holz. Was natürlich sinnvoller wäre. Alter, wo sind denn die? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier alles schon umgekramm. Da ist ein Spawner da oben. Ah, okay. Das sind wir natürlich auf der richtigen Seite. Da ist ein Spawner da oben. Aber was wir mit diesem Spawner machen, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Bleibt's dran, Leute. Ciao. Ciao.